Das Hotel El Chaparral liegt in Playa del Ingles in Gran Canaria. 50% der Gästen empfehlen das Hotel weiter. 13 Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4,4 von 6 Sonnen vergeben. Dabei wurde das Hotel allgemein, die Zimmer, der Service, die Lage und das Essen, sowie die angebotenen Sport- und Unterhaltungsangebote bewertet. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 13 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke, sowie Entfernung zum Strand auszeichnen, kann. Es werden 5,5 von 6 Sonnen vergeben. Gastronomie Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Zimmer Die Zimmer des Hotels werden gut bewertet und erhalten 4,8 von 6 Sonnen. In diese Bewertung fließen die Punkte Sauberkeit, Ausstattung und Größe des Zimmers ein. Hotel allgemein Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 4,2 von 6 Sonnen bedanken. Service Im Punkt Service wird das Hotel von den meisten Gästen positiv bewertet. Im Durchschnitt werden 4 von 6 Sonnen vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme Das Unterhaltungs- und Sportprogramm ist akzeptabel. Es wird mit 3,5 und 6 Sonnen bewertet. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um mehrere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.